Tag 9 Richtung Australien. Unser fünfter Tag am Wind bei Sauwetter. Da drüben gibt es irgendwo einen Frachter. Den kann man natürlich nicht sehen am Video. Aber wir beobachten den schon die ganze Zeit. Ja, die mündliche Seelen. Super tiefig, muss man sich das vorstellen. Eklig hier draußen. Wind. 27 Knoten. Wir segeln aber nicht am Wind. Es ist ein bisschen dejustiert, sondern eher Halbwind. Wie man Plotter sieht, holen wir uns noch immer ein bisschen Weg Richtung Süd, damit wir später vor der Küste, wo der Wind dann richtig auftritt vermutlich, können wir dann abfallen und dann wird es ein bisschen gemütlicher. Das wird dann heute Nacht werden. Ja, wie schön hier. Ja. Ja, ja. 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 Ich weiß nicht. Ja. Es ist nicht so schön, es ist nicht so schön. Untertitelung des ZDF, 2020